Ich brauche Geld, um mein Leben vor dem Ruin zu retten, um es vor der Zerstörung zu retten, und das sofort. Ich werde es zurückzahlen können, und das tue ich auch. Du weißt, dass ich eines Tages reich heiraten werde, wahrscheinlich schon bald. Du wirst nichts verlieren, ich kann nur jetzt meine Chancen nicht ruinieren. Ich erkläre es dir. Das musst du nicht. Ich weiß, was bevorsteht. Nächsten Winter, wenn die Oper mit einem großen Ball wiedereröffnet wird, wird unter der Aufsicht zweier höchst respektabler, blau getönder, exquisit gepflegter Matronen eine Gruppe amerikanischer Erbinnen eintreffen, und du und einige deiner Freunde werden im Unterhaltungskomitee sein, um mit ihnen zu tanzen, sie zu begleiten, ihnen sogenannte schöne Tage zu bereiten. Du wirst bloß deine Wahl treffen müssen. Die fetteste Aussteuer wird dir in den Schoß fallen. Hoffen wir, dass es nicht das fetteste Mädchen ist, das daran hängt, aber das würde ja nichts ausmachen, oder? Das ist jetzt ganz egal, Theophil. Darüber kann man nachdenken, wenn die Gelegenheit sich ergibt, falls sie das überhaupt tut. Und wenn ja, wäre es nicht das erste Mal, dass ein Vermögen und ein Titel sich vermählen. Das ist etwas ganz Normales und nichts, weswegen man sich schämen müsste. Nichts, mein lieber Junge, überhaupt nichts. Sein Ausdruck war nun absolut hingerissen. Dann schau mich nicht mehr so an und lass mich erklären, warum, warum du meine Hilfe brauchst. Nein, bewege dich nicht, dieser aufgebrachte Ausdruck ist bezaubernd. Deine Haut glüht förmlich. Errötest du etwa? Bist du verlegen? Ja, ich werde dir helfen. Aber du musst mir auch meine kleine Portion Vergnügen gestatten. Bimbos Kinn verkrampfte sich, als er die Zähne zusammenpresste. Natürlich. Oh, Bimbo, nein. Was willst du andeuten? Wofür hältst du mich? Als würde ich jemals die Notlage eines Freundes ausnutzen. Schäme dich, Bimbo. Ich bin ein Künstler, das solltest du wissen. Ich ergötze mich bloß an deiner Betrachtung unter diesen besonderen Umständen. Und nun sehen wir einmal, was ich für dich tun kann. Du bist wegen eines Mädchens in Schwierigkeiten geraten. So ist es, oder? Stimmt. Wie äußerst unachtsam von dir. Ja, das war es. So etwas ist mir noch nie passiert. Ich war immer vorsichtig. Und in diesem Fall hätte ich es zweifach sein müssen. Aber es war für mich alles so unerwartet, so unvorhersehbar, so, wie soll ich sagen, untypisch. Jetzt droht mir also ein schrecklicher Skandal, der alle meine Aussichten, mein ganzes Leben ruinieren würde. Ich nehme an, du beziehst dich auf Marie-Therese. Ja.